Ich persönlich komme zu dir und ficke dich anal. Du wirst zu meiner eigenen Mutter sein. Ich komme persönlich in Zunah und werde dich persönlich, Wallahi Billahi, dich vergewaltigen. Ich werde deinen Arsch so ficken. Ich werde dich ficken und deine Kamen gehen. Die ganze. Ich werde deine eigene Stadt und werde dich in deiner eigenen Stadt vergewaltigen. Wenn ich komme, ich ficke dich anal. Trocken. Trocken von hinten. Und Zunah, wir werden dich ficken, du Bastard. Und werde deinen Arsch ficken. Das steht schon fest. Ich komme zu dir und ficke deinen eigenen Arsch. Ich persönlich. Zitat Ende. Zitat Ende.